Ja, schön euch alle zu sehen. Herzlich willkommen. Alle, die vielleicht das erste Mal da sind heute. Schön euch zu sehen. Ja, ihr könnt weiter beten für unsere Situation hier. Es gibt zwar die ein oder andere Lockerung, aber vieles bleibt noch weiterhin so, wie es ist hier bei uns. Und genau, ja Corona, genau. Corona haben wir ja alle schon wieder vergessen. Alles gut. Ja, wir werden eine Taufe haben, hat Dirk das vorhin angesagt, dass wir einen Taufkurs anfangen, hat Dirk das gesagt? Okay, gut. Irgendwie war ich abgemeldet. Genau, und ich soll noch schön von den Geschwistern aus Hamburg grüßen. Ich war ja letzte Woche in Hamburg in der Gemeinde und die Geschwister lassen euch auch herzlich grüßen. Ja, mittendrin in Not und Leiden, im Krieg, möchte Gott, dass wir uns mit Liebeslyrik befassen. Wie passend, ne? Es ist wirklich passend. Wisst ihr, Jesus spricht über die letzten Tage, über die letzte Zeit und er spricht über diese Dinge, über die Pandemien, über die Kriege und die Kriegsgerüchte, die über die Welt gehen. Und dann sagt er etwas, was immer wieder aufhorchen lässt. Er sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast oder gehört hast. Die Liebe wird in vielen erkalten. Gleichgültigkeit, Härte, Kälte breiten sich aus. Und zwar in den Menschen und zwischen den Menschen. Aber die Liebe meint auch die Liebe zu Gott, Geschwister. Also wird das kalt werden, was eigentlich heiß sein soll. Der Gemeinde Laodizea sagt, ja, du bist lau, das mag ich nicht. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Und wenn wir jetzt in der kommenden Zeit das hohe Lied betrachten, das Lied der Lieder, dann geht es um heiße Liebe. Wisst ihr, und das hat uns eine Menge zu sagen. Eine Menge zu sagen. Weil, wisst ihr, es ist immer noch so, dass so viel von Liebe die Rede ist. Und unsere Medien sind voll davon, von dem, was Menschen so unter Liebe verstehen, zwischen Mann und Frau. Aber inzwischen natürlich auch in allen möglichen anderen Konstellationen. Aber ganz ehrlich, es geht vielfach, mein Bruder hat mich vorhin noch mal darauf hingewiesen, wenn du das Radio anschaltest und die Lieder hörst, rauf und runter. Es war schon immer so. Das Top-Thema Nummer eins in der Musik war immer Liebe. Aber mein Bruder meinte, ja, eigentlich geht es mittlerweile eigentlich nur noch um Sex. Und das ist nicht das, worum es Gott geht. Wenn es um die Liebe geht, da geht es um, ja, es geht auch um Sex. Und das werden wir sehen. Es geht auch um das, was Gott geschaffen hat. Gott hat uns mit einem Leib geschaffen. Und der Leib ist gut. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht böse. Und die Leiblichkeit der Liebe ist auch nicht schlecht, ist auch nicht böse, ist gut. Am Ende des sechsten Tages, als er Mann und Frau geschaffen hatte, beide nackig, hat er gesagt, das ist sehr gut. Das hohe Lied. Und es beginnt in Kapitel 1, Vers 1. Das Lied der Lieder von Salomo. Manche werden vielleicht sagen, Moment, da ist doch noch ein Buch dazwischen, zwischen Sprüche und hohe Lied. Wollen wir das nicht erst lesen? Benni ist auch nicht so dafür. Die Botschaft, worum es in dem Buch davor geht, in dem Prediger, da geht es um die Botschaft, alles ist sinnlos auf dieser Erde. Und das ist eine wichtige und eine gute Botschaft. Alles ist sinnlos ohne Gott. Ohne Gott kannst du dein Leben so anfüllen mit allem möglichen Gütern dieser Welt. Und du wirst nicht satt werden. Du wirst nicht zufrieden werden. Du kommst nicht zur Ruhe. Du kommst nicht ans Ziel. Das Leben ist sinnlos. Wenn dich das interessiert, dieses Buch, dann schau mal in dieses Predigtarchiv auf unserer Webseite. Da kannst du den Filter aufrufen und dann kannst du gucken. Da sind diese ganzen biblischen Bücher aufgeführt, worüber wir schon gepredigt haben. Leider sind nicht alle Predigten irgendwie in dem Filter oder sind nicht gut registriert. Da müssen wir noch mal nacharbeiten. Aber viele sind da drin. Und dann findest du auch zum Prediger, dass es da irgendwie 10, 12 oder 14 Predigten gibt. Und das hat unser Bruder Ivan mal auf einer Sommerfreizeit gemacht mit uns. Da sind wir durch das ganze Buch Prediger durchgegangen. Und ich werde es nicht besser machen, deswegen lasse ich es. Und wenn du das Buch Prediger dich damit befassen willst, das ist gut. Das ist alles gut, was Gott eingegeben hat zur Lehre. Wir gehen aber hier im Hohllied weiter. Das Lied der Lieder. Dieses Lied, Salomo war ein begabter, befähigter Dichter. Erste Könige 4, Vers 32 sagt uns, dass er 1005 Lieder geschrieben hat. Ich weiß nicht, Stefan, wie viele Lieder du schon in deinem Leben geschrieben hast. 20, 40, 50. Kommst du vielleicht auf 100? Nein. Aber 1000. Also der Junge hat es echt drauf gehabt hier. Und dieses Lied, das Beste seiner Lieder sozusagen, das ist das, was hier steht. Das Lied der Lieder. Das ist eigentlich gar kein Lied, sondern das ist eine Liedersammlung. Das ist ein Liederspiel, wenn du so willst. Oder du kannst auch sagen, es ist ein Musical. Und worum geht es in diesem Musical? Über Liebe. Muss es doch, oder? Wenn du einen Film guckst. Irgendwo, es sei denn, du hast so richtig den heftigsten Action-Thriller, aber selbst da taucht ja meistens dann noch irgendwo am Rande so eine Liebeshandlung auf. Es geht doch nicht ohne Liebe. Es verkauft sich so gut, weil es uns so interessiert. Aber wenn Gott darüber was zu sagen hat, dann sind wir plötzlich peinlich berührt, oder? Wisst ihr, wir denken, also Gott hat doch damit nichts zu tun mit irgendwie Mann und Frau und wenn die dann ins Bett gehen, das hat doch nichts mit Gott zu tun. Ich sage euch, Gott hat uns geschaffen. Er weiß am besten darüber Bescheid. Und dass er das tatsächlich am besten weiß, hat er bewiesen darin, dass er auch ein Buch darüber in die Bibel gestellt hat. Und da musst du dich mit befassen. Das ist wichtig. Warum? Weil das reinigende Gedanken sind. Wisst ihr, in dieser Welt, wir sind in unserer Sündhaftigkeit, haben wir das ganze Thema Liebe so verdreht. Wir haben es so kaputt gemacht, wir Menschen. Das Schöne, was Gott geschaffen hat, wir machen es kaputt. Wir verdrehen alles. Es wird alles, das Wort pervers heißt verdreht. Lass uns unsere Gedanken, unsere Gefühle und all das, was wir sind, lass uns das wieder gerade rücken lassen von Gott. Nicht, indem wir das Thema nicht mehr erwähnen und unter den Tischteppich kehren. Darüber redet man nicht. Doch, Gott redet darüber. Also lass uns drüber reden. Lass uns zuhören, was Gott dazu zu sagen hat. Vielleicht lernst du ja sogar noch was. Vielleicht lernst du endlich mal was Richtiges in Bezug auf Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Das Lied der Lieder ist also ein Musical. Wir wissen nicht genau, es ist jetzt nicht unbedingt so eine Geschichte, die durch diese Achtkapitel geht. Es haben immer wieder Ausleger versucht, eine Geschichte daraus herauszulesen. Aber das ist irgendwie ganz schön schwierig. Es ist irgendwie eine Sammlung von mehreren Abschnitten, von mehreren Liedern, die nicht so eine stringente Geschichte ergeben. Die Ausleger sind sich auch nicht einig darüber, wie viele Hauptpersonen gibt es hier eigentlich. Gibt es zwei, gibt es drei? Dann treten auch noch Nebenpersonen auf. Es ist alles nicht so ganz einfach zu durchschauen. Und es ist eher so ein Mosaik, so ein Kaleidoskop. Irgendwie verschiedene Szenen, verschiedene Lieder, die das Thema ausleuchten. Die uns verschiedene Einsichten geben zum Thema Liebe zwischen Mann und Frau. Und ich werde mich jetzt auch nicht hineinbegeben in dieses Buch und euch eine bestimmte Auslegung sozusagen nahe bringen und eine bestimmte Geschichte erzählen, sondern wir nehmen das einfach so, wie es da steht und nehmen die einzelnen Abschnitte und hören, was Gottes Geist uns dazu zu sagen hat. Und so steigen wir jetzt hier ein in Kapitel 1 und Vers 2. Der erste kleine Abschnitt, das erste kleine Lied, wenn man so will, womit es anfängt. Und es geht gleich richtig zur Sache. Erküsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Wer spricht hier? Das ist eine Frau. Es geht damit los, dass hier eine Frau spricht. Und sie spricht anfangs noch über ihren Geliebten, aber sie spricht dann eigentlich mit ihm. Und worum geht es? Sie sagt, küss mich. Ich möchte, dass du mich küsst. Ich möchte, dass du mich ziehst. mich in dein Schlafzimmer bringst. Das ist schon ganz schön heiß, ne? Gleich am Anfang. Wir können so viel lesen darin und so viel sehen, aber wir spüren einfach das Knistern, wenn du dich wirklich darauf einlässt, auf die Worte. Es knistert. Es ist aufregend. Küsse. Das ist sowas Persönliches, ne? Wen hast du schon mal geküsst? Wer hat dich schon mal geküsst? Das Küssen ist in der Bibel, wird uns vom Anfang an sehr oft gezeigt. Immer wieder küsst jemand, jemand anders. Und wo geschieht es? Hauptsächlich in der Familie. Diejenigen, die sich besonders nahestehen, die besonders verbunden sind miteinander. In der Familie wird geküsst. Das ist das, wo wir vielleicht als Kinder das erste Mal überhaupt Küssen kennenlernen. Zu unseren Eltern. Unsere Eltern küssen uns. Das ist ein Zeichen der Liebe, der Zugewandtheit, der Nähe. Und sie sagt, ich möchte, dass du mich küsst. Ich möchte, dass du mir nahe kommst. Ich möchte diese intime, persönliche, tiefe Beziehung mit dir haben, wie wir sie eigentlich nur aus der Familie kennen. Ja, es geht noch weiter, es geht noch tiefer. Aber sie möchte das. Wisst ihr, er ist jetzt nicht hier und drückt ihr seine Küsse auf, die sie eigentlich nicht will. Das Schöne in der Liebe Gottes ist, dass ein Verständnis, das Einverständnis, so wichtig. Wir haben vor einiger Zeit diese ganze Debatte gehabt, MeToo und so. Wisst ihr, das ist in Gottes Augen total wichtig. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, der so begehrenswert ist, für den sie schwärmt, den sie anhimmelt, dem sie sagt, küss mich doch. Er tut es nicht von sich aus. So, Daniel, jetzt aber mal Schluss. Er tut es nicht von sich aus, sondern er wartet darauf, dass er ein Ja bekommt. Das ist ganz wichtig, liebe Brüder. Diese Frau öffnet sich der Liebe. Warum tut sie das? Irgendwie ist sie begeistert von ihm. Also, was bringt eine Frau dazu, zu einem Mann Ja zu sagen, dass er eine Ausstrahlung hat, die sie anzieht? Und sie erzählt hier davon. Sie sagt, dein Duft, dein Duft, du duftest gut. Wisst ihr, in dem Hohelied kommt dieser Gedanke sehr häufig vor. Der Duft eines Menschen. Es gibt ja Menschen, die eine sehr feine Nase haben. Und andere, die sind da eher Grobmotoriker, so wie ich. Aber wenn du eine feine Nase hast, oh, das kann ganz schwierig sein im Verhältnis zueinander. Aber dieser Mann, der ist sauber, der riecht gut. Er hat ein gutes Parfum. Er hat eine gute Salbe, die spricht sie an. Sie findet diese Salbe, die riecht sehr gut. Und es ist aber nicht nur sein Duft, sondern es ist auch sein Name. Das ist ganz interessant. Sie kommt von dem Beschreiben seines Duftes zu seinem Namen, der wie ausgegossenes Salböl ist. Also der auch diesen Duft verströmt. Was heißt das? Wenn sein Name genannt wird, dann ist es wie ein Wohlgeruch. Und sein Name, das ist im Hebräischen bedeutet, dass seine Persönlichkeit, sein Charakter, sein Wesen duftet. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, deren Charakter, deren Wesen duftet. Oder du sagst, wenn ich diesen Namen höre, dann geht die Sonne auf schon irgendwie. Das duftet. Demgegenüber gibt es auch Namen, die stinken, oder? Persönlichkeiten, Charakter. Was ist denn dieser Charakter, der so duftet? Liebe. Ein Mensch, der erfüllt ist mit Liebe. Mit Frieden. Mit Freude. Mit Sanftmut. Ein Mensch, der erfüllt ist mit Geduld, mit Treue und mit Enthaltsamkeit. Ein Mann, der nicht bedrängt. Ein Mann, der nicht zwingt. Ein Mann, der sich selbst im Griff hat. Ein Mann, der geisterfüllt ist, Geschwister. Das ist ein Mann, der gut riecht. Sie liebt diesen Mann, er strahlt es für sie aus. Und ich sag's euch Männer, entweder seid ihr verheiratet, dann ist es so, könnt ihr die Liebe eurer Frau wieder neu gewinnen. Und wenn du noch keine Frau hast, dann kannst du vielleicht die Liebe einer geistlich gesinnten Frau so gewinnen. Indem du dich salbst mit der Salbe. Mit der gut riechenden Salbe. Einmal körperlich. Es ist ganz gut, sich zu pflegen, um angenehm zu riechen für die Frau deines Herzens. Aber dann geht es nicht nur um das Äußere, nicht nur um das Leibliche, das Materielle, sondern um die Seele und den Geist. Ein wohlgericht Geruch zu verströmen in der Art und Weise, was du für einen Charakter entwickelt hast. Dadurch wirkst du anziehend. Wenn die Frucht des Geistes in deinem Leben sich zeigt, wenn sie wächst und gedeiht, dann bist du ein liebenswerter Mensch. Und davon spricht sie ja hier. Darum lieben dich die Mädchen. Mit Recht liebt man dich. Denn du bist ein Gesalbter. Und wisst ihr, da kommen wir doch hin. Wer ist denn der Gesalbte? Der König. Das ist Christus. Jesus ist der Gesalbte. Das Salböl ist über ihm ausgegossen. Ja, auch die Frauen haben ihn geliebt. Aber nicht in der Weise, wie es uns die Filme gerne dann darstellen. Die Gottlos daherkommen und alles verdrehen, was an Wahrheit im Wort Gottes ist. Nein, die Menschen haben ihn geliebt. Die Menschen sind von ihm angezogen worden. Von Jesus. Sie wollten ihm nahe sein. Sie wollten seine Stimme hören. Sie wollten seine Worte hören. Sie wollten von ihm berührt werden. Warum? Weil heilende Kraft von ihm ausging. Sie haben sich gesehnt nach dieser Liebe, die ihr Leben berührt und neu macht und heil macht und Leben kommt aus ihm heraus zu ihnen. So haben die Menschen, sind diesem Gesalb nahe gekommen, um seine Liebe zu empfangen. Wir werden noch dazu kommen, was diese geistliche Ebene angeht. Da werde ich am Ende dazu kommen. Aber wir bleiben noch mal auf der Ebene dessen, wovon diese Verse natürlich hauptsächlich sprechen. Tatsächlich von der Liebe des einen Mannes zu der einen Frau. Denn sie spricht nicht davon, dass sie sagt, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn Liebe ist köstlicher als Wein. Sie sagt nicht, wir wollen jubeln und uns freuen an der Liebe, sondern an deiner Liebe. Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Wisst ihr, dieses Loskoppeln der Liebe an sich, der körperlichen, der sexuellen Liebe zwischen Mann und Frau, das Loslösen aus dem Zusammenhang, nämlich der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, das ist verderblich. Das bringt alles durcheinander und zerstört alles. Davon ist hier aber nicht die Rede. Sie spricht mit ihm, dem Du, dem einem, dem sie ihre Liebe schenken will, von dem sie sich beschenken lassen will in der Liebe. Das ist ganz wichtig. Und ja, sie spricht, aus ihr spricht leidenschaftliche Liebe, Sehnsucht nach intimer, exklusiver Zärtlichkeit. Sie sehnt sich danach, von ihm geliebt zu werden. Der Genuss seiner Liebe ist für sie begehrenswerter als ein Glas guten Weines. Ich weiß nicht, ob du ein Weinkenner bist. Es gibt ja so Weinkenner. Ihr kennt das ja alles so, Weinprobe so. Ich kann das ganz schlecht nachmachen. Ich bin auch ganz schlecht da drin. Bitte vergebt mir, wenn ihr da irgendwie Aktien drin habt. Auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es etwa 700 diverse Weinaromen gibt. Und dann sagen sie ja, oh ja, hier so vorne habe ich so dieses Zitronige und dann im Abgang dann so diesen Haselnuss und was weiß ich. Wisst ihr, man kann Wein wirklich genießen. Die Farbe, den Geruch, den Geschmack. Sie sagt aber, deine Liebe ist köstlicher. Sie ist besser als Wein. Wisst ihr, das spricht von dem Genuss der Liebe, der Zärtlichkeit, der Zuwendung. Gott hat die Liebe geschaffen, damit wir sie genießen. Ist uns das irgendwie bewusst? Lassen wir das zu? Gott möchte, dass wir unsere Freude haben an der gegenseitigen Liebe. Und vielleicht will Gott dich das neu lehren hier als Ehepartner und als jemand, der vielleicht irgendwann in eine Ehe hineingeht. Dass du weißt, die Liebe ist in all ihren Facetten, hat es von Gott gegeben, von Gott geschaffen. Nicht damit du dich abkrammst, nicht damit du irgendwie genervt und gestresst davon bist, sondern dass du es genießt, dass ihr es miteinander, gemeinsam genießt, die Liebe zueinander. Und alles das, was es mit sich bringt. Die Liebe kann uns mit großer Freude erfüllen. Ja, sie kann uns sogar in einen Rausch der Leidenschaft versetzen. Wenn wir an Alkohol denken, da kannst du einen ordentlichen Rausch von bekommen. Aber hinterher hast du einen dicken Kopf. Das ist bei der Liebe miteinander anders. Die Liebe, so wie sie Gott in seiner Ordnung geschaffen hat, wisst ihr? Wenn wir es natürlich in der Sünde tun, dann werden wir keine Freude haben hinterher. Dann haben wir einen Kater auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn ein Ehepaar in Liebe vereint ist und miteinander die Liebe genießt, dann ist es was Wunderbares, was Wunderschönes. Und ja, da kannst du sogar in einen Rausch der Leidenschaft verfallen. Und Gott findet das gut, er hat da kein Problem mit. Das ist besser als Wein. Warum spricht Gott darüber? Warum ist Gott das wichtig? Warum hat Gott das geschaffen? Lass uns nochmal darüber nachdenken, über den Anfang. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild, männlich und weiblich. Diese Geschichte mit der Liebe zwischen Mann und Frau muss irgendwas mit Gott zu tun haben. Sonst hätte er das nicht geschaffen, Geschwister. Was hat es aber mit Gott zu tun? Hat es denn was mit Gott zu tun? Viele sagen, okay, das hohe Lied, da geht es nur um die Liebe zwischen Mann und Frau, diese ganze Vergeistlichung, das ist alles Käse und Quark. Das hat nichts mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Ich bin da ganz anderer Ansicht. Ich glaube, dass es nicht so ist, weil die Bibel es anders sagt. Von Anfang an sagt sie uns, dass diese Beziehung zwischen Mann und Frau für uns ein Bild ist, für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Das finden wir schon im Alten Testament. Wenn ihr zum Beispiel mal aufschlagt, in 5. Mose. Ich muss mal sehen, ob ich das hier finde. 5. Mose. 5. Mose. Oh je. Wo ist es denn hier? Da, 5. Mose. 11, Vers 22. Gott spricht zu seinem Volk. Wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebietet, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Guck mal, Gott sagt, wenn ihr, oder Mose sagt, wenn ihr dem Herrn anhängt, das Wort anhängen kommt von diesem, vom zweiten Kapitel, wo es heißt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, anhaften, an ihr kleben und sie werden ein Fleisch sein. Worum geht es Gott? Er sagt, hängt euch an mich. Ich liebe euch. Und ihr sollt mich auch lieben. Es geht ihm um Liebe. Mit seinen Menschen will er eine Liebesbeziehung führen. Unser Leben soll eine Liebesgeschichte sein mit ihm, unserem Schöpfer. Gott möchte, dass wir ihn lieben, so wie er uns liebt. Und er möchte, dass wir an ihm hängen. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Guck mal, wenn Jesus umhergeht und zu den Menschen sagt, hey, er sagt zu Jakobus und Johannes, die sitzen im Boot bei ihrem Vater, Zebedeus, arbeiten da als Fischer. Was sagt er? Kommt! Kommt, folgt mir nach! Was steht da? Sie verließen ihren Vater und folgten ihm nach. Was steht da? Sie verließen Vater und Mutter, um Jesus anzuhaften, anzuhängen, um mit ihm zu gehen. Das hat nichts Sexuelles, Geschwister. Versteht das jetzt bitte nicht falsch. Aber es ist diese Qualität dessen, dessen, was eine Ehebeziehung ausmacht. Vater und Mutter verlassen, alles hinter mir zu lassen. Er ist es. Mit ihm gehe ich. Mit ihm will ich leben. Für ihn will ich leben. So wie er für mich lebt. Hingegeben. Auch diese Nähe. Ja, sie haben sogar Nähe zueinander. Jesus hat Nähe zugelassen. Was wird uns gesagt über Johannes? Er lehnte seinen Kopf an seine Brust. Zärtlichkeit. Familie. Unser Vater, der uns wie seine Kinder in den Arm nimmt. Uns drückt. All das gehört zu unserer Beziehung, zu Gott. Soll dazu gehören. Gott will, dass das dazugehört. Und sogar noch mehr. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich wage es. Erste Korinther 6. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal, während wir die Sprüche gelesen haben, vorgelesen. Und ich werde es nochmal tun, weil es für das Buch jetzt so wichtig ist, das wirklich zu verstehen. In Epheser 5 wird uns gesagt, dass die Liebesbeziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau ihr Vorbild darin hat, wie Christus die Gemeinde liebt. Hier in 1. Korinther 6 wird noch mehr gesagt. Also, erstmal ist Christus der Ehemann für seine Braut die Gemeinde, von der du und ich ein Teil sind. Jesus will so eine intime, persönliche Beziehung mit uns haben. Er möchte uns küssen. Aber er wartet darauf, dass wir sagen, küss mich. Er möchte mit uns eins werden, ganz im Verborgenen, in der Kammer. Das ist der Raum in einem Haus, der ganz innen drin ist, wo keine Fenster sind, damit es schön kühl ist. Das war das Schlafzimmer. Er sagt, führe mich in diese Intimität mit dir. Er möchte das, dass wir als Gemeinde sagen, Jesus, wir wollen diese Intimität mit dir. Wir wollen diese Nähe. Wir wollen dich ganz nah ranlassen an uns. Wir wollen nicht auf Distanz bleiben, höflich distanziert. Gott, ich lobe dich, ich preise dich, Herr. Ich bete dich an. Ich nehme dein Wort ernst. Ja, ich gehe mit dir. Ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Ein und Alles. Das möchte Gott von seiner Gemeinde. Das möchte Gott von uns. Dass wir in Leidenschaft brennen für ihn, Geschwister. Das ist das, was er den Geschwistern in Ephesus ans Herz legt. In Offenbarung 2 sagt er, hey, ihr seid eine tolle Gemeinde. Ihr habt es richtig gut drauf. Ihr habt die richtige Lehre. Und ihr macht alles richtig. Ihr seid super. Ich finde euch toll. Aber wisst ihr was? Da ist ein ganz großes Problem. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Wo ist diese Leidenschaft, die wir hier lesen, bei dieser Frau, die brennt für ihren Geliebten und sagt, ich möchte dich ganz nah bei mir haben. Ich möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte deine Zärtlichkeit, deine Küsse. Ich sehne mich nach dir. Wisst ihr, und das ist das, was Dirk vorhin angedeutet hat. Ich habe heute Morgen, musste ich überlegen im Gebet, wisst ihr, in dieser Zeit, Pandemie, Corona. Oh, es nervt, es stresst. Ja, und wir erleben Leiden. Und jetzt Krieg. Oh nein, es ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch furchtbarer. Und wir leiden. Wir leiden an uns selbst. Wir haben Selbstangst. Wir machen uns selbst Sorgen. Wir leiden für und mit den anderen, haben Angst um sie, trauern um sie, Not, Angst, Leiden. Und dann beten wir vielleicht öfter als sonst, Herr, komme bald, damit das endlich ein Ende hat, dieses ganze Elend, dieses Böse. Aber beten wir das auch aus der Leidenschaft heraus, weil wir Jesus lieben, ihn vermissen und ihn so gerne bei uns haben wollen. Weil er unser Ein und Alles ist. Weil er so herrlich ist. Weil er so gut riecht. Weil sein Name so gut riecht. Sehen wir uns nach ihm mit dieser leidenschaftlichen Liebe wie diese Frau nach ihrem Mann. In 1. Korinther 6 wird uns gesagt, in Vers 16 spricht Paulus über die Hurerei, die Abart von Liebe, die Verdrehung, die Perversität, die nach Sex sucht, die nach Beglückung im Sex sucht, aber es nicht findet. Er sagt, macht es nicht so als Kinder Gottes, dass ihr diesem, dem hinterher hechelt, hinterher rennt. Wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein, dieses Eins werden. Mann, das ist das, was Gott für die wunderbare Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau bereitet hat. Aber nicht, damit man das irgendwie wertlos achtet. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und da ist dasselbe Wort, anhängen. Und da meint er das, für jeden einzelnen Gläubigen, für dich und für mich. Ja, du hast irgendwann Ja zu Jesus gesagt, wie eine Ehefrau zu einem Ehemann. Ja, ich möchte, dass du in mich kommst, Heiliger Geist, Jesus, dass du und ich, dass wir verschmelzen, dass wir eins werden. Im Geist. Nicht leiblich. Im Geist. Ein Geist. Paulus sagt, die Kinder Gottes, die haben den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist bekennt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was heißt das? Wir haben einen Geist und er hat einen Geist. Und die sind eins. In der Wiedergeburt, in der Neugeburt. Wir sind eins mit ihm. Er ist unser, der Liebhaber unserer Seele. Unser geliebter Herr Jesus Christus. So sehr liebt er dich. Aber er zwingt dich nicht. Er zwingt dich nicht zu dieser intimen, tiefen Liebesbeziehung. Er wartet auf dich, dass du sagst, ja Herr, komm. Komm in mein Herz. Komm. Ich möchte, dass du in das Innerste hineinkommst. Ich möchte diese tiefe, innige Beziehung mit dir haben. Ja, ich möchte, dass du mich küsst. Ich möchte, dass du dich mit mir auf diese Weise verbindest, in der Tiefe meines Herzens. Ich möchte, dass deine Liebe ausgegossen wird in mein Herz durch deinen Geist. Ich möchte erfüllt sein, so erfüllt sein von deiner Liebe, wie diese Frau. Wisst ihr, und dann ist es, deine Liebe ist besser als mein. Die ist besser als alles auf dieser Erde. Das ist das, was der Psalmbeter sagt im Psalm 73. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Dann kann mir alles andere gestohlen bleiben. Ich habe dich. Dann habe ich alles. Das ist das, was der Vater zu dem zweiten Sohn sagt. Hey Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Du hast doch alles. Paulus sagt, wenn wir Christus haben, dann haben wir alles. Wenn du auf der Suche bist, wenn du eine Sehnsucht nach irgendwas im Leben hast, ich sage dir, komm zu Jesus, lerne ihn neu kennen. Und das ist vielleicht das Problem, dass unsere Augen verschlossen sind, verklebt sind, dass wir nicht mehr richtig sehen, mit wem wir es zu tun haben, dass unser Geruchssinn durch Corona verdorben ist. Vielleicht hast du Corona gehabt, geistlich. Und kannst nicht mehr riechen. Jesus will dich heilen, dass du den Wohlgeruch von Jesus Salbung wieder aufnehmen kannst, einatmen kannst und sagst, wie herrlich, wie wunderbar bist du, Jesus. Jesus möchte, dass wir neu uns in ihn verlieben. Er zwingt uns nicht. Er zwingt dich nicht. Aber er wirbt um deine Liebe. Er lässt seinen Duft jetzt hier durch den Raum gleiten. Und möchte dich gewinnen dafür, dass du dein Herz öffnest. und sagen, ja komm Herr, ich möchte so mit dir leben. Ich möchte so dein sein. Und dir ganz gehören, dir ganz anhängen, wieder neu. Guck, und das sagt er, in Offenbarung 3 sagt er, zu der lauen Gemeinde, wisst ihr, wenn deine Liebe zu Jesus lau geworden ist, Jesus klopft und sagt, lass mich doch rein. Dann können wir zusammen essen. Dann machen wir einen Candlelight-Dinner. Dann kannst du mich wieder neu kennenlernen, neu erleben, erfahren, wie schön, wie wunderbar ich bin für dich. Wie reich ich dich beschenken kann und will und möchte. Lass es zu in deinem Leben, dass ich dich ganz neu einnehme für mich. Dass du dich ganz hingeben kannst. Wisst ihr, das hat ja so viel mit Vertrauen auch zu tun, oder? Diese Hingabe. Und Jesus sagt, vertrau mir doch. Du kannst mir vertrauen. Niemand sonst kannst du vertrauen. Geschwister, ich möchte zum Schluss sagen, ich glaube, dass Gott uns diese heiße Liebe in dieser Zeit vermitteln will, damit unsere Liebe nicht erkaltet, sondern dass sie viel mehr brennt. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Nein, er möchte, dass die Liebe wieder neu brennt. Er möchte, dass sie hier unter uns, hier unter den Ehepaaren neu brennt. Er möchte uns anregen als Ehepaare, dass wir uns neu von ihm entzünden lassen füreinander. und dass wir Freude haben an seiner Liebe und das wollen wir aber auch, wenn wir nicht verheiratet sind, als Gemeinde, als sein Leib, als seine Braut, wollen wir uns freuen in ihm. Wir wollen jubeln über seine Liebe. Geschwister, wir sind oft so norddeutsch nüchtern. Aber lasst euch mal, das Wort ist so bescheuert im Deutschen, verführen. Es ist keine Verführung, es ist, ja führe mich in deine Königskammer, führe mich in dein Schlafzimmer, führe mich in die Gemeinschaft, in diese tiefe, innige, persönliche Gemeinschaft mit dir. Das hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt, na, wenn du betest, dann geh in dein Schlafzimmer. Hat er gesagt. In die Kammer. Das meint er damit. Wo kein Fenster ist. Kein Fenster zur Welt. Kein Handy. Kein gar nichts. Nur ich und du. So will Gott das. Amen. Amen.